Guten Tag! Guten Tag, ihr Leid und Kinder! Weiter geht's mit Portal. Ich bin jetzt... Oh shit, das sieht aus, als wäre das einer meiner Räume, wo ich mich immer saudumm anstelle. Au! Ja, es ist einer der Räume, wo ich mich immer irgendwie saudumm anstelle. Ja, ne, es ist schon... Hier, was erwacht, der schießt da nicht. Das heißt, da muss ich Portal nicht. So irgendwie. Und... so, warte mal. Äh... da muss ich entschiehen. Das Problem ist, dass ich da halt nicht durchschießen kann. Und wenn ich jetzt so hingehe, verschwindet das Portal. Haha, jedes Mal dieselbe Scheiße. Jedes Mo hänge ich genau an der Stelle und denke mal, sag mal, wie habe ich denn das hingekriegt? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da gab's einen Trick, gell? Okay. Ah, Mann. Ich hasse das. Ich hasse es einfach. Ähh... Es ne... Es ne... Also der muss auf alle Fälle da abgefangen werden, das ist schon mal relativ klar. Moment, ich habe Idee, ich habe Idee, ich habe Idee, Basuf, 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 der fliegt jetzt da hin und her. Das heißt, ich muss jetzt das Blaue hin machen. Moment, ich bin noch nicht auf alle, nee, das ist aber raschend. Ja, aber dann ist er ja aber nur dort drin. Ah, ich war zu langsam. Okay, ja, ich, ich, ich habe es, ich habe es, ich habe es, ich vielleicht ein bisschen doof. Mann, 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 Mann. Ja, sorry, sorry, sorry. Das ist jedes Mal dieselbe Scheiße mit mir und dem blöden Raum. Hey, echt jetzt. Was ist eigentlich mit Glättens los? Hatte ich mir nichts zu sagen. Oh, okay, 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 hier ist ein Raum. Okay, also da geht nicht. Da kann ich irgendwie, okay, Okay, wir müssen zumindest mal da rein. Oh, ist das so? Okay, da kann ich durchgeschoss werden. Oh, blau ist sie. Ja, bringt nicht viel. Weil ich muss ja nur noch nie. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Ist das eine Treppe, wo du aufgehst? Ja, 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 ja. Okay, sie lebt also grundsätzlich noch. So, ich will jetzt da oben rausgeschoss werden, von mir aus. Das ist natürlich viel zu wenig, weil ich da nur so kleine Hubferle mache. Okay. Ja, das ist natürlich zu wenig. Das ist klar. Das Ding ist halt... Ja, das ist jetzt gar nicht besser, oder? Nee. Ich brauch Speed Oder Geschwindigkeit, oder beides. Das nöööööö.. Speedibus kriegt man zum Beispiel so, ne? Was das Problem ist... Jaaaa, Dass ich dann immer nur hängen bleib, weil ich doof bin. So kriegt man Speed, aber das geht nicht von mir genau aus, oder? Uh, wo geht's denn hier lang? Ja, ja, hopp. Was haben wir dann hier? Ach so, da ist unsere Fläche, ach so, ja okay, okay, dann ist das ja... Voll einfach. Guck, hoppala. Das habe ich nicht gesehen, äh, Wasserfarbades Blau, glaube ich. Aua, versteht ihr, was ich euch sagen will? Weil man jetzt nicht so, ähm, Joypad Legastheniker ist wie ich. Wie man gesehen hat. Ja, ja. Huh. So. Okay, geht das auch ohne Hupse vielleicht? Fände ich ziemlich gut. Nee, weil ich dann hängen bleib. Was machst du denn du, Tipto? Ich weiß mir jetzt den ganzen Spaß versaut. Ach komm, das gibt's doch nicht. Sag mal, du bist nicht dran schuld. Geh weg. Kabel, wackel. So. Au. Alter, das ist doch kacke. Moment, ich muss mal, ich muss mal hier. Das geht doch nicht. Ich hab da so scheiß, die Kopera da so kacke. So. Die stehre mich. Hörner mich noch, ja? Ja, ich hab ich noch? Keine Ahnung. So. Ich wär doch nicht aggressiv. Woher dann? Ja, das war schon besser. Einfach mal. Du schießt ja eigentlich immer so schiessig. Ja, siehst du? Ah. Alter. Ja, sobald er noch, oh fuck. Sobald er ein Skill gefroht ist, hab ich verloren. Dann geht gar nichts mehr. Skill ist nicht meins. Ähm, so. Also, ich bin doch raus jetzt. Da oben. Also. Ähm. Äh. Okay. Er muss alles irgendwie hin. Also muss quasi da Portal hin. Und da. Nachdem ich mich da irgendwo gefangen hab. Aber erstmal muss ich schon hin. Hü-ho. John Silver. Ach so. Nicht hü-ho. Hallo. Hm. Okay. Äh. Hä? Oh. Okay. Ich komm also da nie. Irgendwie. Ah ja. Es war wahrscheinlich genauso, wie ich derweil runtergekommen bin. Was ist das? Okay. Ähm. Was heißt das hier? Sack. Mittlerweile hab ich's voll drauf. So, meine Idee ist, guck mal, guck mal. Du blaues Rieck zu machen. Ich. Ich. Du bist nicht. Das war nix. also okay sehr gut ich jetzt raus so wie ich drin kommen bin oder schon irgendwie auf der mauer gestanden okay so das ding du fahrt jetzt also man braucht man doch schon wieder skill herruf herruf mit skill was soll denn das ja ich kann jetzt mal fortale schießen so so gut ist mein skill ich schütze lieber ups so 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 das ist glaube ich nix okay ich muss mich durchjucken das ist kacke ich leite auch so blöd und dann dann mal her also jetzt haben wir doch schon ziemlich viel hinkrieg oder aber ne haben wir nicht hinkrieg ziemlich gut wie man das sieht ja ja hopp machen wir ein bisschen schneller zack zack hallo so 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 man so 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 Das muss ich schnell machen. Ich kann nicht schnell machen, ich bin scheiße. Mann, ich bin schon wieder am Verzweifeln. Sobald ich mich erinnere, ist das so ein bisschen still. Mein lieber Mann, mein lieber Mann. So, jetzt kann ich mich wieder hier lehnen. Jetzt herrne ich mich vielleicht wieder besser. Okay, alles klar. Das ist ein Siegeslift. Das ist Nummer 2. Ah, das ist Tor Nummer 2. Mach mal Dummo. Blaues Ding. Okay. Okay. Das ist Tor Nummer 1. Mach mich noch. Sehr schön. Sehr schön. Ähm. So, weiter geht's. Das ist Tor Nummer 1. Mach mal da noch Orangenes hier machen. Das heißt, mir drücke. Mir drücke denne Knopf. Tor 1 geht auf. Mir drücke den andern Knopf. Tor 2 geht auf. Dann muss ich schnell lieber rennen. Und... Und hier Portal hinschieße. Und hier. Oh. Ich war zu langsam. Das ist ähm. Ich muss... Jetzt haben wir... Ach so. Der, der, der... Ist doch quasi... Hallo. Wupp. Äh. Wo war ich denn jetzt? Keine Ahnung. Wo ist das Radio? Hier hin. Hier hin. So. Der, du. Der, du. Ein Gewehr, so. Okay. Eins. Zwei. Drei. Was ist... Was sagst du denn du da über? Bist du dumm oder was? Wo kommst du denn du jetzt her? Knick dich ins Vieh. Echt jetzt? Was soll die Scheiße? Was macht der da über? Er dreht am Rettel da über. Was, 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 was. Was, was war dann das? Junge. Ach so. Ich muss erst runter. Und dann unten schießen. So. Eieieieiei. Eieieiei. Okay. Erst ober und dann unten. Ja. Ihr leid. Ihr lacht jetzt wahrscheinlich so. Von welchen... Guck mal. Wie das da aus. So von welchen... So voll einfach. Ey, ich spiele hier mit Controller. Das ist schon mal erstens gar nicht einfach. Und zweitens mal, habe ich glaube ich schon erwähnt, ähm, ich kann kein Ego-Shooter. Ich kann es einfach nicht. Ich bin zu dumm dazu. Geht halt einfach nicht. Ich kann nicht laufen und schießen gleichzeitig. Das ist... Das ist halt einfach kack. So. Beobachten. Ja, was ist denn jetzt? Wissen Sie, dass Sie die Mädchen selbstwert froh von Aperture Science eines oder alle ihre Organe schwenken können? Ganz echt. Oh. Hat es funktioniert? Habe ich gar nicht gesehen. Man kann sich übrigens dort drin insperren, glaube ich. Ich glaube, es gibt da Achievement oder so. Soweit ich mich erinnere. Irgendwas? Ja. Ja, ähm. Schäfer. Man kann sich halt irgendwie drin insperren. Du kommst halt nicht mehr raus, ne? Weil ja dann die Klappe zu sind. Ich glaube, du musst dich, äh, die Klappe aufmachen. Und dann irgendwie... Ja, ja. Äh. Da nebenher hupsen oder so. Wo kann ich eigentlich alles drauf schießen? Nein. Äh. Geht auf alle Fälle irgendwie. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Stelle war oder woanders da. Ähm. Ja, wie gesagt, gibt es ein Achievement. Aber... Mir doch egal, ne? Immer viel zu viel Arbeit. Äh. Das kann man dann im Nachhinein. Im Nachhinein. Dennoch. Dennoch kann man das dann machen. Ai, ai, ai. Das war ja auch richtig. Aweil, aweil, aweil. Das ist eine volle Idee so klein. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militär-Androiden ersetzt. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen ihnen viel Glück. Wenn das eine so gleiche, das ist ein Zeug von der Schifffahrer, die ist ein Zeug, das ist ein Zeug. Aber das ist ein Zeug. Das ist ein Zeug. Du kannst das nicht schießen, aber das ist ein Zeug. Das ist ein Zeug. Alla Dings? Ich weiß nicht, wo ich bin. So, ich will die durchschreiben. Noch jemand da? He! Aktiviert. Sie sind verloren. Schade eigentlich. Könnten Sie bitte herkommen? Would you please come over here? Was soll das? Die Funktion. Das, wenn man sie einfach hier schmeißt. Dann schießen die hier um sich. Bitte lass mich runter. Hacke. Auf sie. Im schlimmsten Fall schießen sie halt auch dich selber ab während des Unfalles. Das ist schon dumm. So. Oh. Sind wir schon da? Sind wir schon bei der Story angelangt? Sie ist verloren. Sie ist schlafen. Ist doch nicht. So, jetzt Basuf. Geil. Noch jemand da? Sind wir dann? Plupp. Ich hab jetzt in der End auf der anderen Druckfalle gelassen. Weil ich's kann. Da bist du. Hm. Bin ich. Das kann ich jetzt natürlich hier nicht machen. So. Ähm. Ja. Dann gehen wir mal zu der Story, ne? Ich hab übrigens mitgekriegt, weil man den linken Stick drin trägt. Und dann bleibt mal geduckt. So. Hello. Can I help you? 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 Ähm. Ich weiß gar nicht, wie alle die Story von Portal kennen, oder? Also die mega Story von Portal. Die halt einfach da drin besteht. Das glättest. Also die stimmt. Die halt sagt. Ähm. Da muss ich ein paar Text machen. Und wann du die. Wann du die bestehst. Äh. Krieg ich ein Kuchen. Das ist die Story. Ja. Und. Jetzt. Gibt es da halt noch ein bisschen Lore. Was ist das hier jetzt grad? So. Woher kommen die Zeichnungen da? Warum steht da zum Beispiel. Help. Help. Warum steht hier, der Kuchen ist eine Lüge. Es muss auf alle Fälle Mensch gewesen sein, weil. Kann ich nicht irgendwie zoomen? Uh. Ist das? Oh geil. Ich muss 180 Grad drehen. Äh. Ich kann nicht mehr aufstehen. Weil da eine Hand ist. Eine menschliche Hand. Mehr oder weniger. 15. 15. 20. 35. 30. 60. 90. Da. Oder so. Cake is alive. Und jetzt zeigst du auf. Das rote Ding. Das ist das Auf und Klettern. Oder so. Ja. So. Gehen wir da mal wieder raus. Abkommen. Dann gucken wir mal ob man. Ich schmitte. Krieg ich auch. Ob ich den da nehmen kann. So. Das Gute an den. Äh. Gewichtete. Begleiter. Kubusen. Ist ja. So. 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 Ja, verzeih mir, jetzt Dankeschön, bin ich gut, so, äh, ne, da komm ich nicht her, Ja, lecker, ich brauche das Radio und geb Ich werde doch jetzt schon wieder geblühen, okay? Ey ihr Luschen, geht's doch, ich weiß nicht, ähm, so, was ist hier, äh, Ratio, so, alles gut, was, wie extra, ich hab's noch nie gesehen, äh, das Ding durchstellt halt weiter, wer für wer, alles klar, so, also über den blauen, äh, Quatsch, da hab ich zu blaues, du, so, was weiß ich, was ich jetzt mal, mal Idee, ich versuche, wenn ich zu Pfeel spannen muss, hm? Hallo, ich schieb die ganze Zeit, du, hör mal, komm so, die hab ich, ja, 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 Maul, ey, wie klein ist das? So. So. Kannst du jetzt noch ein extra versuchten? Spack! Hehehehehehe. Hey, das gibt's doch nicht! Will ich mich verarschen oder was? Aua! Jetzt hab ich dener, ach ich hab die erste, ich hab die irgendwie dumm geballert, ok. Eieieieiei, jetzt grenzt du an Arbeit hier, sorry, ich bin zu weit gelaufen. So, also, diese ISN. Ich kann hier hauen, oder? Ist der kaputt? Nee, ich mach's nicht. Warum ist das mehr zu spielen passiert? Mach mal die Billig-Pastik, so. Bücke. Das geht nicht, da sind noch mehrere, ne? Was ist denn jetzt los? Alter! Blöde Sau, warum spielt das mit? Ist noch jemand da? Ja, ich. Schläfchen! Ach, du dumm. Ist dort jemand? Hallo! Ich bin dir nicht böse. Schlägerfleisch? Warum steht noch einer? Da. So ist es eigentlich so ein Plan, dass es alles macht. Kommt. Oh, der war nix. Och komm, machen wir das halt selbst. So, wenn ich jetzt nur so was hätte, um dich draufzustellen. Ja, okay, alles klar. Langt das eigentlich durch das Gewicht. Ja, aber er bleibt jetzt stehen. Junge. Sitzt ihr zu gut, oder was? Hallo! Hallo! Oh! Oh! Hallo! Suche! Äh, das wird schon irgendwie... Wieso ruhig spielen? Ume! Spielmodus akzeptieren. Da bist du nicht! Ah, hätte ich gehen, hä? Stopp, schützt da doch nicht. Ich hasse dich nicht. Richtig, ja. So, jetzt pass auf. Ich bin mit dir da, aber ich sehe genau, dass du mich beobachtst. So, ich hätte denne doch gehen da. Ups, hätte ich nicht. So, dann... Wo bin ich da? Wo bin ich da schon hin? Guck mal hier so. Ah, die Sau! Da steht doch recht gut, ne? Okay, komm, ich probier mal. Das ist halt so gebrungen. Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androiden Hölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Noch jemals. Ich will runter. So, hab ich hier schon drin. Okay. Dann hätte man das gepackt, ne? Junge. Mach rein. Dann haben wir sogar was für eine Story mitgerät. So. Oh, was sieht denn hier aus? Joa. Dann würde ich aber sagen, genau da machen wir Nother weiter. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.